Seltene Schiffs sowie U-Boot-Modelle. Egal ob Fahrzeug oder Flugzeug. Nur schauen oder auch mitbauen. Die 12. Modellbaumesse am 19. und 20. Oktober in Ried garantiert ein einzigartiges Erlebnis mit actionreichen Vorführungen, beeindruckenden Ausstellungsstücken und vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt einige Neuheiten, unter anderem zum Harry Potter Thema wird von Lego behandelt, dann Game of Thrones wird behandelt, es gibt eine spezielle Bohrinsel, also es wird wieder ganz viel Neues zu entdecken geben und natürlich auch altbewährtes, wie man es kennt. Einige Händler dazu, wo man auch Raritäten bekommt, also die wird sicher wieder bestens frequentiert sein. Wir haben eigene Vorträge, schauen, dass das Fachbuchpublikum ein bisschen wieder zubekommt. Wir haben eine große Bahn von einer Spur 1, das ist die Königsklasse bei den Eisenbahnern, wo man sein eigenes Modul mitnehmen oder Anlage mitnehmen kann und einfach einmal im Kreuz fahren lassen kann, das was man selten kann. Dann natürlich der RC-Bereich mit den Flieger, mit dem Helikopter, das was sicherlich immer wieder ein Highlight ist. Lego, was man nicht vergessen darf, das was ein riesengroßer und wichtiger Teil für uns ist. Einen Forstbetrieb von RC-Modellen sehen wir an allen beiden Tagen und ein VW-Bulli-Triff mit ca. 30 Bullis werden wir auch auf der Modellbaumesse in Ried sehen. Miniaturwelten und zahlreiche Raritäten in allen Maßstäben warten auf Modellbauprofis, Einsteiger und Familien. Es ist natürlich wieder bei uns möglich mit der OÖ-Familienkarte günstiger zur Messe zu kommen und wie man ja bekanntlich weiß, mit der Familienkarte haben auch dann die Kinder, die eingetragen sind auf der Karte, kostenlosen Zutritt zur Messe. Bei den zahlreichen Mitmachstationen können Kinder und Jugendliche den Modellbauer in sich entdecken und ihre Konzentration sowie Genauigkeit unter Beweis stellen. Wir haben zwei Bereiche bei den Workshops. Wir haben die reinen Workshops, wo Vorführerinnen da sind, sprich das sind ausgezeichnete Modellbauer aus verschiedenen Vereinen. Wir haben heuer hauptsächlich aus Deutschland und aus der Schweiz Leute, die diese Workshops vortragen und wir haben natürlich die Bastelecke, wo jeder von klein bis groß ein Modell bauen kann, dieses mit nach Hause nehmen kann und alles ist kostenlos. Die 12. Modellbaumesse am 19. und 20. Oktober in Ried. Schauen und Bauen für Groß und Klein. Mehr Infos unter messe-ried.at